Oh, Leute, was geht ab? Oh, ich habe richtig Lust, heute mit Hannah zu spielen, Leute. Oh, komm schon, ich geh... Oh, da ist sie schon, schau mal. Sie will mich, glaube ich, abholen, Leute. Hallo, Hannah. Oh, Mann, Hannah. Oh, das ist voll unfair. Mann, du bist so eine blöde... Oh, Leute, die ist so blöd, die Hannah. Oh, Leute, ich habe eine richtig gute Idee. Ich werde heute Hannah 100 Tage lang prinken. Ja! Wenn ihr das auch sehen wollt, dann lasst jetzt schnell ein Like und ein Abo da, Leute. Kommt schon, kommt schon. Oh, Leute, ich habe auch schon eine Idee, wie ich Hannah pranken werde, Leute. Schaut mal in meine Tasche. Ich habe ein TNT und ein Feuerzeug dabei. Wir sprengen jetzt ihr Haus, Leute. Los geht's. Oh, Hannah wird es schon sehen, Leute. Oh, sie ist sogar oben, das passt sogar. Oh, wir müssen uns richtig langsam reinschleichen, Leute. Kommt schon, wir schleichen uns rein. Schaut mal, wie cool hier alles aussieht. Aber, hihihi, Hannah hat es nicht mit... Ja, TNT und... Hannah, komm mal schnell runter! Haha! Du doof! Ja! Es sprengt alles! Wow! Haha, Hannah, du Doofkopf! Ich habe dein Haus gesprengt! Oh Mann, Udi! Ich habe mir voll die Mühe gegeben, du Blödmann! Aua! Haha, Hannah! Viel Spaß beim Wiederaufbau, du Doofkopf! Haha! Leute, da haben wir es gezeigt. Aber das war noch nicht alles, Leute. Ich gehe jetzt nach Hause in meine Kiste. Da habe ich richtig viele Fallen vorbereitet, Leute. Und dann werden wir Hannah richtig aufs Ohr legen, Leute. Ja! Oh, Leute, Hannah ist schon fast fertig. Kommt schon, wir gehen in die Truhe. Wo ist denn hier meine Truhe? Schaut mal, Leute! Ich habe ein kleiner Mach-Potion, eine Diamanthacke, Spikes und Gras. Leute, Fake-Gras! Ich habe so eine coole Idee, Leute! Während Hannah da ihr Haus baut, machen wir jetzt an ihrem Weg zu Hause hier einfach Fake-Gras und buddeln hier jetzt schnell mal ein Loch. Hannah, die baut da noch fleißig, Leute. Ja, wir bauen hier ein Loch. Wir bauen ein Loch. Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Und hier fällt dann nachher Hannah rein. Ja, das wird so cool! Oh, nein, ich bin selber reingefallen. Das blöde Udi, der hat mein ganzes Haus zerbutt gemacht. Leise sein, Leute, wir müssen hier leise sein. Kommt schon, das abbauen, das abbauen. Und jetzt machen wir Fake-Gras hier hin. Ja, das ist so cool! Warte, wir müssen sie irgendwie hierher locken. Oh, wie machen wir das denn am besten? Oh, ich tue einfach so, als ob ich ihr Auto klaue. Hannah, guck mal, ich klaue dein Auto! Komm raus, Hannah! Guck mal! Ja, Hannah, ich hab dich wieder geprankt! Und jetzt bleibst du für immer da! Tschüss! Lass mich hier raus! Nee, niemals, Hannah! Das soll dir eine Strafe sein, dass du mich geprankt hast! Aua! Na doch nur einmal! Du hast voll übertrieben! Nein, hab ich gar nicht, Hannah! Du wirst auch schon noch sehen! Oh, Mann, Leute, da haben wir es gezeigt! Oh, das war richtig lustig! Fandet ihr das auch, Leute? Wenn ja, dann lasst jetzt schnell ein Like da, Leute! Ihr wisst Bescheid! Und vergesst nicht zu abonnieren, Leute! Wir müssen doch, wir müssen doch richtig viele Odis werden! Ihr seid auch meine Odis! Okay, ich glaube, ich sollte mal Hannah irgendwie raushelfen. Oh, die hat es selber geschafft! Hannah! Oh, Blitmann, geh weg! Ich möchte nicht mit dir reden! Aber, Hannah, das ist doch alles nur Spaß! Au, so wie du immer Spaß machst! Aber mein Spaß ist nicht so gemein! Geh weg! Oh, doch, das ist gemein! Okay, zur Entschuldigung, Hannah, komm, wir gehen zum Strand! Und ich habe gehört, da gibt es neue Sprungbretter beim Strand! Wirklich? Ja, wirklich, Hannah! Komm schon, komm schon! Schau, da hinten stehen die schon! Wie cool sind die denn? Boah, Leute! Ich habe doch gar nicht mein Handschuh mitgenommen! Wie, dein... Oh, dann hol schnell dein Handtuch, du Dovi! Komm, beeil dich, Hannah! Okay! Oh, Leute, Hannah ist ja ein Mädchen! Schaut mal, da gibt es ein großes und ein kleines! Ich glaube, Hannah hat Angst vor dem großen Sprungbrett! Aber, wenn sie da hoch geht, Freunde, weil ich sie überreden werde, baue ich einfach unten ab, dann muss sie springen! Haha, das wird so ein guter Prank, Leute! Oh, da kommt sie schon! Tun so, als ob wir nichts hätten! Ich tue auch meine Spitzhacke weg, weil sonst sieht die das! Hannah! Ich habe mein Handtuch mit! Endlich hast du dein Handtuch! Hast du mir auch eins? Ich habe meins auch vergessen! Ich kann mir mein zweites sein, ich habe immer zwei dabei! Boah, cool, Hannah! Komm schon, wir springen von den Sprungbrettern! Ich springe von dem großen, Hannah! Das ist voll cool! Komm hoch! Ich springe von dem kleinen, das ist mir zu hoch! Mann, Hannah, guck mal, wie hoch ich springe kann! Wow! Wow! Und... Aschmappe! Leute, das war so cool! Mann, Hannah, jetzt spring doch nicht von den Babybecken immer! Das ist aber auch lustig! Mann, Hannah, jetzt komm schon! Geh mal zu dem hoch! Das ist richtig cool! Vertrau mir! Komm schon, geh hoch! Okay, ich gucke mir das einmal an, aber ich weiß auch nicht, ob ich springe! Doch, Hannah, komm schon, du musst springen! Das wird richtig cool! Oh, Leute, sie geht hoch! Ich gucke vor! Hannah, und? Traust du dich? Das ist mir zu hoch! Ich komm wieder runter! Warte, Hannah, warte! Vertrau mir! Schau noch mal so drei oder fünf Sekunden in die Ferne, dann geht die Angst weg! Leute, wir müssen uns beeilen, sie will runterspringen! Komm schon, komm schon, wir bauen das ab! Schnell, 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 schnell! Sie kann dann nicht mehr runterkommen, Leute! Ja, komm schon, komm schon, komm schon! Das ist mir zu hoch! Ich komm wieder runter! Du kommst gar nicht runter, Hannah! Hannah, du musst springen! Haha! Doof, komm! Oh mein Moni! Aber ich hab doch Angst! Ist mir egal, Hannah! Hannah, du musst springen, springen, springen! Du bist doof! Spring jetzt, Hannah, komm schon! Vertrau mir, das wird cool! Ich will nach Hause! Nein, du darfst nicht nach Hause! Jetzt spring ins Wasser, du kommst sonst nicht mehr runter! Wow, wie cool! Hannah, ist doch cool, oder? Ich bin mit dir! Hä, wieso denn? Oh nein, Leute, wir haben Hannah aufgeregt! Aber das ist uns egal, sie hat mich auch geprankt, Leute! Das war ein richtig cooler Prank! Wir rennen mal hinterher und sagen einen auf den, wir entschuldigen uns, aber machen dann noch mal einen coolen Prank! Wo geht sie denn hin? Hä? Sie geht ins Zimmer! Oh, Leute! Ich hab noch eine richtig coole Idee! Ich hab zum Beispiel noch einen, einen Schrumpftrank! Den werf ich jetzt auf Hannah! Hannah, darf ich rein? Nein, geh weg! Jetzt komm schon, Hannah! Ich hab was richtig cooles als Überraschung! Ich möchte nicht, dass ich mit dir reden soll, du bist gemein! Jetzt komm schon, lass mich rein, Hannah! Nein, geh raus! Jetzt, Hannah, komm schon, wir sind doch die besten Freunde! Wir waren die besten Freunde, aber dann warst du gemein! Mann, Hannah, sag doch sowas nicht! Jetzt komm schon, das ist nur alles Spaß! Stimmt's, Leute? Leute, schreibt doch in die Kommentare, dass alles nur ein Spaß ist und dass Hannah nicht weinen soll! Hast du's gesehen, Hannah? Okay, aber du darfst nicht weitermachen! Okay, okay! Ähm, ähm, zeig mir mal, was hast du denn jetzt hier gebaut? Oh, das Sofa ist ja richtig cool! Der Rest ist kaputt gegangen! Hm, ja, Entschuldigung, Hannah, was hast du denn hier oben? Hier oben war ich doch nie! Wow, wie cool's hier aussieht, Hannah! Das ist mein Schlafkinder! Wow, wow, wow! Das sieht voll cool aus! Hannah, ich hab, ich hab, ich hab noch eine Überraschung für dich, ja? Welche denn? Dreh dich mal um, dann geb ich sie dir! Oh, Leute, schaut mal jetzt! Ein bisschen weiter nach vorne, Hannah! Noch ein Stück! Und stopp! Drei, zwei, eins! Hihi, guck mal, wie klein Hannah ist, Leute! Hannah ist ein Winzling! Hannah ist ein Winzling! Aua! Cody! Haha, du bist so klein! Ich komm! Geh weg! Geh weg, Hannah! Geh weg! Ich komm an den Tiergriff nicht ran! Das ist gemein, Noddy! Haha, du bist eingesperrt! Eingesperrt! Aha! Du bist so klein, Hannah! Hihihi! Boah! Pass auf, wenn ich hier rauskomme! Dann siehst du, was du davon hast! Ey, du kannst mir doch gar nichts machen, wenn du so klein bist! Ich hör dich kaum, du Zwerg! Ey, mach die Tür zu! Ich hab sie aufbekommen! Aua! Nein, Leute, wir müssen wegrennen vor einem kleinen Schlumpf! Haha! Hannah, du bist heute nicht mehr Hannah, sondern Schlumpfide! Hahaha! Ja! Aua! Oh Mann, Hannah, jetzt hör auf, mich zu schlagen! Geh weg! Nicht! Geh weg! Oh, Leute, was können wir denn... Wie können wir denn Hannah noch pringen? Oh, sie geht jetzt weg! Oh, was macht sie denn da? Wir schauen einfach mal und beobachten, was sie tut! Weil, Freunde, ich weiß, dass Hannah heute... Heute ist... Hm... Was ist nochmal heute für ein Tag, Leute? Heute ist doch... Heute ist doch Dienstag, Leute! Das ist Hannahs Einkaufstag! Deswegen, Freunde, hab ich hier Spikes, denn sie geht immer mit ihrem Auto einkaufen und wir lassen ihre Reifen platzen, Leute! Wir packen hier ganz viele hin und dann kommt sie zum Stehen und kann nichts mehr einkaufen! Ja, das sind die coolsten Pracks der Welt! Müssen sie aber aus... 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 aus ferner Sicht mal hier gucken, wo die hingeht, die Hannah! Oh, sie ist wieder normal groß! Was sagt sie denn da? Mann, dieser blöde Odi, der hat einfach mich klein gemacht! Ja! Nicht mehr! Oh, Leute, sie fährt los! Sie fährt los! Hallo, Hannah! Geh weg, Odi! Ich muss einkaufen! Warte, wofür... Kannst du mir was mitbringen? Nein! Jetzt komm schon, Hannah! Wir sind doch Freunde! Ich hab doch aufgehört, dich zu pranken! Was brauchst du denn? Eine Packung Chips! Ah, danke! Tschüss! Oh, Leute, sie fährt! Sie fährt! Ja, sie fährt! Wow! Das Auto ist komplett zersternt! Haha, Hannah! Ich hab deine Reifen platzen lassen! Du hast mein ganzes Auto kaputt gemacht! Haha, ja! Das war lustig und hat Spaß gemacht! Oh, du blöd, Mann! Wow, Leute, wir haben es geschafft! Oh, sie rett mir hinterher, Leute! Wir müssen rennen! Kommt schon! Kommt schon! Kommt schon! Kommt schon! Tschüss, Hannah! Du doofkopf! Du bist gemein! Ja! Leute, warte mal! Oh, sie schießt schon mit einem Bogen! Wow! Ich hab Hannah schon richtig zu Weißglut gebracht, Leute! Aber ich hab noch richtig coole Pranks auf Lager, Leute! Und zwar werde ich hier gleich die coolste Achterbahn bauen, die sie je gesehen hat! Aber die Achterbahn, Leute, die endet in Lava! Oh mein Gott! Kommt schnell mit! Ich hol gleich die ganzen Sachen und dann holen wir uns eine Höhle! Los! Oh, Leute! Guckt mal unten! Ich hab Schienen und Redstone-Fackeln! Oh, Leute! Ich hab die coolsten Schienen der Welt hier! Guckt mal, Leute! Und da hinten ist das Gefängnis! Ich werd die hier hinbauen, Leute! Und zwar fängt Hannah hier an und fährt in die Richtung! Und dann so hier zum Sand, dann hier hoch, Leute! Dann geht's hier weiter und dann fährt sie hier rum und dann, Leute, werden wir in den Berg hochbauen! Und im Berg, Leute, werde ich hier jetzt ein Loch machen und zwar kann sie hier rein durchfahren und nach dem Tunnel, Leute, kommt dann eine Lava-Falle, Leute! Das wird so cool! Oh mein Gott! Die wird so weggeprankt, Leute! Das wird so cool! Und zwar bauen wir am besten hier Lava-Dingsbums, Leute! Wartet! So! Wir müssen das Blatt hier wegmachen und dann bauen wir hier so ein Lavasee hin, Leute! Wo sie dann reinfällt! Das wird so cool! So! Zack, zack! Zack, zack! Dann machen wir noch hier oben zu! So, und dann fährt sie hier durch, Leute, und ahnt gar nichts! Können wir die Schienen hier hin wechseln? So, zack! Und zack! Dann geht's hier weiter, Leute, mit voller Karacho und fährt dann hier in die Lava rein, Leute! Wartet, ich muss mir einen Lava-Eimer holen! Und zwar genau so, Leute! Ja, cool! Okay, so, dann brauchen wir noch ein... Hier ist der Start, Leute! Oh, das wird so cool werden! Oh, ich ruf mal Hannah an, Leute! Die soll hierher kommen! Hannah, geh schon ran! Komm schon, Hannah, geh ran! Was siehst du, Uni? Ich will mit dir nicht reden! Komm schon, ich seh dich auf dem Dach! Was machst du da auf dem Dach? Ich hab krass mein Dach wieder sauber gemacht, weil du das dreckig gemacht hast! Siehst du mich hier hinten, Hannah? Komm schon, ich hab ne coole Rennbahn für dich gebaut! Ne richtig coole Achterbahn! Aber ich will nicht mit dir spielen! Du bist immer gemein! Jetzt komm schon, Hannah! Jetzt komm schon! Mann, okay, aber nerv mich nicht! Ja, komm! Hannah, schau mal, ich hab ne extra Rennstrecke für dich gebaut! Die geht hier lang und dann in den Berg rein! Aber nicht gucken! Hannah, jetzt komm schon, das ist ne Überraschung! Setz dich hier rein! Komm schon, bist du bereit? Ja! Und setz dich rein! Und ich schieb dich an! Los, Hannah, ja! Oh, ich rette dir näher und gib Gas! Und, und, und! Ha, 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 Lava-Falle, du Doofkopf! Ha, ha, ha! Leute, wir haben Hannah wieder so cool geprankt! Das hat so Spaß gemacht, Leute! Das hat sie davon, sie hat mich mal nass gemacht! Und jetzt ist ihr warm! Uh, das ist so cool, Leute! Geh jetzt aber erstmal nach Hause! Das Ganze hat mich richtig müde gemacht, Leute! Und am nächsten Tag hab ich auch schon was richtig Cooles vor, Leute! Und zwar sag ich nur Spiele, Leute! Denn ich hab beim Spiele was richtig, richtig Cooles gemacht! Wir warten jetzt erstmal, bis Hannah zu Hause ist und dann sehen wir uns gleich! Okay, Leute, holen wir mal Hannah ab! Hannah! Komm schon, Hannah, komm schon! Ich hinde dich nicht! Geh weg! Jetzt komm schon, Hannah! Ich hab doch aufgehört, dich zu pranken! Hast du schon mal gesagt! Jetzt komm! Ich bin jetzt auf dem Spiele und du lässt mich in Ruhe! Ich komm auch! Komm! Wir spielen hier, äh, Klettergerüst! Nein, ich spiele im Sandkasten! Bestimmt hast du im Klettergerüst eine Falle! Nein, hab ich nicht! Ich hab im Sandkasten eine Falle! Und zwar, Leute, schaut mal, die buddelt da und so! Aber sie darf nicht zu tief buddeln! Hannah, komm, bau doch mal eine Sandburg! Komm schon! Okay, ich mach hier was hin! Ja! Und so! Nee, das ist was weg! Das sieht ja übel doof aus! Egal, Hannah! Aber Leute, schaut mal, den Block weg macht, Leute! Es sind hier ganz viele Schilder und unter dem Sand sind auch ganz viele Schilder! Wenn ich den abbaue, fällt die da rein, Leute! Hannah, jetzt komm schon, zeig doch mal, was du drauf hast! Ich möchte, dass du mir beim Bauen zuguckst! Geh weg! Ja, okay, ich gucke weg! Aber Leute, wir lassen sie jetzt ein bisschen bauen und dann... Bum, lassen wir sie alle einkrachen! Ja, das wird so cool! So, meine Sandburg ist fertig! Fertig? Boah, stell dich mal rein, Hannah! Boah, das sieht voll cool aus! Aber Hannah, weißt du, was noch cool ist? Was denn? Das! Wow! Haha, Hannah, du bist gefangen, du Doofkopf! Hilf mir hier raus! Niemals, Hannah! Du kommst hier niemals raus! Hilf dir selber, du Doofkopf! Haha! Hihi, Leute, wir waren da so cool geprankt! Das hat so viel Spaß gemacht, Leute! Hm, wie könnte ich Hannah noch pranken? Boah, schreib's mal unten in die Kommentare! Komm schon, komm schon, komm schon! Einen Prank brauche ich noch! Wenn ich hier rauskomme, wirst du sehen, was du davon hast! Pfff, die kann doch eh nix! Das ist doch eh nur ein Mädchen! Haha! Oh, Leute! Hm, ich überlege mir, wie ich sie noch pranken könnte! Ich gehe mal nach Hause und überlege mir, was richtig cool ist! Hier! Was willst du, Hannah? Ey, wenn du... Mach den Bogen weg! Ich habe den Bogen gerade gesehen! Ah, du hast gar keinen Bogen in der Hand, okay! Ich habe keinen! Was ist denn los? Meine Arbeit hat angerufen! Du musst ganz schnell ins Gefängnis! Hä? Ich lege gerade aus! Nein, wirklich? Oh nein, Leute! Ich muss da hin! Schnell, schnell, schnell! Okay, Hannah, ich muss da hin! Tschüss! Tschüss! Oh, Leute! Im Gefängnis ist jemand ausgebrochen! Ah, wir kümmern uns um die Pranks nachher! Was macht Hannah denn da? Naja, egal, Leute! Wir müssen schnell ins Gefängnis! Na, kommt schon, Leute! Kommt schon! Aber, Leute, ich schaue hier! Hä? Hier ist doch niemand! Hä? Da sind doch die Sofa-Copters! Aber... Hä? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hä? Hier ist niemand! Gefangen ist auch niemand! Warum lügt mich Hannah an? Leute, wir müssen schnell wieder zurück! Nicht, dass die was gegen mich plant, Leute! Denkt ihr, sie will mich zurück pranken? Oh, das wäre richtig blöd! Ihr wisst, ich mag keine Pranks! Ich mag sie nur selber machen! Warte mal, Leute! Wartet mal! Das ist doch mein Haus! Oh nein, oh nein, Leute! Hannah hat mein Haus zu Stein gemacht! Oh, warte! Oh, das wirst du noch sehen! Oh, wenn ich das... Wenn ich das Lumi sag, der wird dich... Der wird dir Hausarrest geben, weil das dein Freund ist! Hannah! Mann, Hannah! Du hast meinen Haus zu Stein gemacht! Bleib stehen, du Blöde! Oh! Du hast angefangen! Jetzt ist dir quitt, du Blödmann! Ey, Mann, da ist alles aus Stein! Selbst innen drin! Alles aus Stein, Leute! Oh, wie soll ich denn schlafen heute, Hannah, Mann? Mann, das ist... Geh doch mal rein! Das ist voll böse! Was willst du denn... Ey, nein! Oh, Mann! Der Hannah, die hat mich hier eingesperrt! Oh, Hannah, du wirst das schon noch sehen! Oh, ich bin richtig traurig, Leute! Ihr müsst mir aber jetzt helfen, Leute! Wenn ihr jetzt ein Like da lasst, dann wird mein Haus wieder normal! Wär auf mit dem gepranke, weil ich glaube, das ist nicht nett! Schon lasst jetzt ein Like da, Leute! Oh, du bist der Beste! Danke, dass du geliked hast! Aber mein Haus ist... Oh, mein Haus ist normal geworden, Leute! Wie cool! Oh, danke, dass ihr mir geholfen habt, Leute! Und lasst gerne ein Like und ein Abo da, Leute! Und schaut auch dieses Video von mir an, weil da ist Hannah auch mit am Start! Oh, Leute, was ein schöner Tag! Ich habe richtig Lust, auf ein Spieli zu gehen! Hä? Da ist ja Hannah schon! Hannah, lass uns spielen! Was denn? Wie bist du schnell hier hochgekommen? Ja, ich kann klettern! Und zwar besser wie du! Ja! Oh, Leute, ich... Oh, ich möchte einen Sandkasten spielen! Warum Sandkasten, Hannah? Weil wir da lange nicht mehr waren! Oh, okay, ja, komm schon! Oh, Hannah, komm schon! Ich grabe schneller wie du! Ich grabe schneller wie du! Was ist das, Udi? Was ist das? Das ist irgendein antiker, mystischer, griechischer... Keine Ahnung! Leute, wisst ihr, was das ist? Das ist irgendwie so eine Kiste! Warte mal, Hannah, denkst du, das ist ein Schatz? Schatz, auf unserem Spiel hier... Das wäre richtig cool! Oh, komm schon, lass den ausbuddeln! Lass den ausbuddeln! Ja, warte, ich bin nicht so schnell! Warte, warte, so und so... Wow, Leute, da ist bestimmt richtig coole Sachen drin! Hannah, guck, komm schon! Das ist irgendeine Kiste! Hannah, was ist das denn? Wer hat seinen Schatz? Was, mein Schatz? Hannah, nicht wegrennen! Oh nein, Leute, Hannah, die hat immer wegen irgendwelchen Sachen Angst! Ähm, ich hab wirklich nichts genommen! Hallo? Jetzt guck ich hier hoch und dann kommst du als Geist! Ich cut für dich, Dike! Hä? Es ist auf einmal dunkel geworden! Hä? Wer bist du denn? Ich bin der Wächter dieses Schatzes! Das ist mein Schatz! Wie, das ist dein Schatz? Der ist auf unserem Spiel, hierher Geist! Das ist mir egal! Hä? Du wolltest meinen Schatz! Na... Nun kriegst du auch die Strafe dafür! Was für eine Strafe! Nein! Bitte tun sie mir nichts! Bitte! Oh! Wow! Wow! Hannah, was machst du hier? Ich bin nach Hause gelaufen! Das war mir zu gruselig! Hä? Ja, Hannah, wo sind wir denn hier? Hä? Warte mal! Das sieht aus wie ein Glücksrad, Hannah! Und schau mal da! Sind irgendwelche Sachen drin! Aber ich will nicht! Ich will wieder nach Hause! Ich will auch nach Hause! Oh, Leute! Wisst ihr vielleicht, was hier passiert ist? Wo hat der Geist uns hingebracht? Wir sind in irgendeiner Arena mit einem fetten Glücksrad! Oh, Leute! Ihr müsst jetzt schnell ein Abo und ein Like da lassen, Leute! Damit wir hier wieder rauskommen! Oder damit wir hier wissen, was wir tun sollen, Leute! Kommt schon! Lass ein Like da! Wow, cool! Du hast ein Like da gelassen! Wow, Hannah, ich glaube, der Geist will, dass wir an seinem Glücksrad drehen! Aber wer sagt, dass wir davon nicht verflucht werden? Oh, ich weiß es nicht! Aber wir müssen es, glaube ich, tun! Weil, guck mal, die Toren sind dir zu! Und die gehen bestimmt erst nur auf, wenn wir das Glücksrad machen! Und können wir nicht einfach über den Zaun klettern? Nein, Hannah, das funktioniert nicht! Komm schon, hast du zwei Bögen dabei? Dann können wir unsere Farbe aussuchen! Komm schon! Ich habe zwei Bögen! Aber hast du auch zwei Pfeile? Ähm, nee, Hannah, ich habe gar nichts! Vielleicht? Ich habe eine Idee! Was denn? Vielleicht sind beim Glücksrad ja welche! Ich gucke mal nach! Okay, geh schon! Oh, Leute! Wie sind wir hierher gekommen? Mann, was war das für ein komischer Geist! Und ich konnte nicht mal in die Truhe gucken! Vielleicht war da wirklich ein richtig, richtig cooler Schatz drin! Boah, das wäre so cool! Oh, Hannah? Hast du welche gefunden? Ich habe Pfeile und Bogen gefunden! Cool! Okay, Hannah, bist du bereit? Ja! Okay, dann fang an! Welche Farbe? Welche Farbe triffst du zuerst? Okay, und? Wow! Hannah! Warte mal, das ist gar nichts! Das ist aber auch ein schwarzes Feld! Ja, aber das ist für die Mitte! Weil schau mal, du hast nur oben getroffen! Zwischen Rot und Weiß! Du musst Wendern in die Mitte treffen, Hannah! Okay, und? Du hast Weiß getroffen, Hannah! Okay, ich bin dran! Oh! Und? Ich nehme die hier! Boah, das war richtig knapp! Ich habe Orange bekommen, Hannah! Komm schon! Wir gucken, was bei uns drin ist! Du musst in Weiß und ich muss in Orange! Okay, Leute! Leute, ich schau mal rein! Hä? Ein Steinknüppel? Höhlenmensch-Kopfschutz? Hä? Hannah, guck mal, was... Warte mal, Leute! Wir schauen uns mal an, was ich hier bekommen habe! Hä? Was ist das denn? Ey, ich bin ein richtiger Höhlenmensch, Hannah! Schaut mich an, Leute! Ich sehe aus wie ein Höhlenmensch, Mann! Oh, Hannah, was hast du bekommen? Komm schon, zeig! Ich bin ein Zauberer! Hä? Guck mal, ich habe den Zauberstab! Hä? Und den, und den, und den, und den, und den! Oha! Das ist ja übel cool! Und ein Kichshorn! Wow! Hannah, was hast du mit uns gemacht? Wow! Ich bin jetzt stärker und schneller! Okay, Hannah, ich glaube, da wir ja in einem Kolosseum sind, müssen wir kämpfen! Aber ich will nicht gegen dich kämpfen! Ich auch nicht, aber... Hannah, das ist doch ein Spiel! Komm schon, wir müssen jetzt kämpfen! Bist du bereit? Okay! Drei, zwei, eins, los! Wow! Was hast du denn da gemacht, Hannah? Ah, komm schon! Ich bin ein Zauberer! Komm schon, komm schon! Äh! Äh! Oh, ich bin verflucht! Aua! Mann, Hannah! Au! Das ist Feuer auf mir! Aber du wirst schon sehen! Äh! Ja, ich habe gewonnen! Au, au! Das war unfair! Au! Warum unfair? Ich hatte Steinzeit und du hattest Magie! Du warst viel stärker! Du hast bestimmt geschummelt! Ich habe gar nicht geschummelt, Hannah! Wirklich nicht! So, ich packe mal hier die Sachen weg, Leute! So, weil wir müssen ja jetzt weitermachen, Hannah! Komm schon, wir spielen! Wir schießen auf eine neue Farbe! Komm, das wird voll cool! Okay, aber diesmal fängst du an! Okay! So! Hannah, ich habe jetzt meinen Bogen! Bist du bereit? Ja! Okay! Diesmal darf ich als erstes, okay? Mhm! Musst du sogar, sonst schummelst du wieder! Ich nehme meine Lieblingsfarbe! Komm schon, komm schon! Komm schon! Dann nehmen! Nochmal! Nochmal, nochmal! Leute, lasst jetzt ein Like da, damit ich das schaffe! Und! Drei, zwei, eins! Oh! Wir haben es geschafft, Leute! Ihr habt geliked und wir haben es geschafft! Schau mal, Hannah! Meine Lieblingsfarbe! Ich bekomme Lila! Ich möchte auch meine Lieblingsfarbe! Ja, dann schieß doch! Und? Äh, es... Hä? Hä? Das ist nicht meine Lieblingsfarbe! Das ist grün! Das ist Schleibis Lieblingsfarbe, Hannah! Du doofkopf! Ach, Mann! Komm schon! Lass uns gucken, was wir als nächstes bekommen! Das wird voll cool! Ich bekomme Lila, du grün! Zeig schon, was hast du bekommen! Ich habe ganz viele Sachen! Hä? Wie ganz viele Sachen? Wow! Eine Lanze, eine Ack, eine Sense, das Ding hier, ein Schwert und eine Armbrust! Oha, das sieht ja voll cool aus, Hannah! Oh, ich bin echt gespannt, was ich bekomme! Oh, ich gucke rein! Wow! Hannah, ich habe... Oha! Ich habe voll die coolen Sachen bekommen! Oha! Ich bin jetzt voll episch! Schau mal jetzt meine Rüstung an, Hannah! Bist du bereit? Wow! 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 Wie cool ist das denn? Wow! Ich habe sogar einen Effekt bekommen, Hannah! Und zwar Glück! Äh, ich habe Glück bekommen und nicht Regen! Ich kann es dir, wenn du es dir wünschst, den Regen wegwerfen! Stimmt! Ich wünschte, es regnet nicht mehr! Hä? 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 Es wird weniger! Mein Glück funktioniert, Leute! Und schau mal, Hannah, was für Waffen ich habe! Einmal so eine... Oh mein Gott! So eine richtig große Lanze! Und dann... Oh, ein Stab! Was kann der denn, Leute? Wow! Aua! Ich habe mich selbst vergiftet! Oh! Und dann habe ich eine Kriegsachst! Oh, die schlägt richtig schnell, Leute! Und ein legendäres Schwert! Und sogar ein Hero-Bein-Bogen! Okay, Hannah, bist du bereit? So, Hannah, bist du bereit? Ja! Und los geht's! Wow! Wow! Aua! Oh, wir müssen wegren, Hannah! Oh, Leute, Hannah ist richtig stark! Aber sie hat keine Chance! Komm schon her! Und weg mit dir! Und weg mit dir! So! Ich habe dich gleich, Hannah! Du hast nicht mal eine Rüstung, du Doofkopf! Haha! Ich bin stärker als du! Ja, Leute, wir sind so stark! Hannah, du musst hier nächstes Mal... Ach, da bist du! Ich dachte, du wärst jetzt ganz weg! Nein, ich bleibe jetzt hier drin! Das ist unfair! Du kriegst immer voll die starken Sachen! Hannah, du musst hier halt bessere Sachen aussuchen! Die packen wir lieber weg, Leute! Und ich würde mal sagen, wir machen die nächste Farbe, Leute! Ich habe so viel Spaß! Hannah, du auch? Nein, das ist gemein! Aber diesmal gewinne ich und dann habe ich Spaß! Okay, los geht's! Ich schieße auf die Mitte! Oh! Und... Wow, du hast die Mitte getroffen, Hannah! Das ist voll unfair! Die Mitte ist immer gut! Hm, dann nehme ich das zweitschwierigste! Ich nehme... Rot! Wow, ich habe es sogar getroffen, Leute! Oh, und das nur, weil ihr abonniert habt! Ihr seid echt die Besten, Leute! Und schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist, Leute! Meine ist lila und Hannahs ist pink! Was ist deine? Oder ist die überhaupt hier bei dem Glücksrad drauf? Schreibt es mir unten in die Kommentare! Los, Hannah! Wir holen unsere Farben! Ich habe Rot! Ich habe Schatz! Oh, ich bin gespannt, Leute! Wow! Oh, Hannah hat gar keine Chance! Ich bin jetzt ein Roboter-Soldat, Leute! Ich habe sogar ein Jetpack! Ein Ploder-Giftwerfer! Oh, ich habe ein bisschen Angst, Leute! Hannah, schau mal! Ich bin ein Roboter! Guck mal! Ich bin ein Roboter! Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Beeb-Bee Wow, was ist das denn für ein Bogen, Hanna? Pfeile sehen voll cool aus Wow, die sehen richtig cool aus Wow, ich habe vergessen, dass ich den Jetpack habe Okay, Hanna, bist du bereit? Ich habe irgendwie so einen Giftwerfer Bist du bereit zu kämpfen, Hanna? Drei, zwei, eins, los Wow, Giftwerfer Du wirst mich niemals kriegen Ich kann fliegen, du Doofkopf Du triffst mich niemals Haha, meine sind immer besser, Leute Wow, und zack Hanna, wie viel Leben hast du nur noch, sei ehrlich? Ich bin noch fast voll Das Giftling ist voll schwach Okay, dann mache ich einfach einen Imploder Wow Die ganze Arena ist kaputt Die ganze Arena ist kaputt, aber Hanna lebt noch Haha, komm schon, komm schon, komm schon Komm runter, du Feigling Okay, ich komme runter Aua, au, au, au Komm hoch, komm hoch, Hanna Das ist gar nicht so leicht, wenn du die ganze Welt kaputt machst Au, ich mache gar nichts mehr kaputt Aua Au, 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 au Nicht, au Oh, deine Kla... Ich habe gewonnen Hanna, deine Klauen waren richtig gut Die waren echt gut Okay, Hanna Ähm, ich glaube, wir reparieren erstmal die Arena Nicht, dass der Geist böse zu uns wird Wow Hanna, hast du das gesehen? Das war alles auf einmal wieder ganz Ich glaube, das ist eine magische Arena, Hanna Und Leute, die Arena repariert sich von selbst Außer die Wand da hinten Ich glaube, die wollte nicht so ganz, Hanna Vielleicht ja nur der Boden Vielleicht Das heißt, wir können ja abhauen Komm, Uli Hanna Ach nee, wir passen da gar nicht durch Ja, wollte ich gerade sagen Komm schon, wir machen weiter Wir haben nämlich noch drei Farben Einmal blau, einmal gelb und einmal deine Lieblingsfarbe, Hanna Okay, du fängst an Okay, ich nehme Oh, pink, gelb oder Äh, blau Leute, ich habe blau genommen Hanna, was nimmst du? Natürlich, pink Ich wollte, dass du blau nimmst Damit wir blau gegen pink machen Oha Also, Lumi gegen Hanna oder was? Jungs gegen Mädchen Oha, okay Ich werde gewinnen Ich werde gewinnen So, Leute, wir gucken hier rein Wow Was ist das denn? Oh mein Gott, Leute Special Ops Gift, Gas Industrieller was? Und Graber? Und ein Flammenwerfer Oh mein Gott Hanna, schau mich mal an jetzt So Oh, ich sehe so cool aus, Leute Wow Und schaut mal, was ich in der Hand habe Irgendein Graber Hanna, was bist du denn? Ich bin ein Soldatin Und jetzt muss ich mich erstmal vorbereiten Ey, okay, warte mal Aber mein Graber kann hier nichts graben Und den Boden Wow Hast du das gesehen, Hanna? Schau mal Was denn? Ich kann einfach den Boden wegmachen Und dann kann ich drunter kommen Hallo, Hanna Ich gehe wieder hier hoch, Leute Okay, Hanna, bist du bereit? Hä? Was hast du denn gemacht? Ich habe den Tee Fang Ey Haha, du hast dich selber gedingst Okay, bist du bereit, Hanna? Das ist voll schwer Aber ich bin bereit Okay, drei Zwei Eins Giftgas Wow Wow Oh, da ist jetzt überall Gift Hanna ist vergiftet, Leute Du bekommst jetzt hier meinen Flammenwerfer zu spüren Wow Ey, mach auf damit Haha, du brennst, Hanna Aua Kommt schon Und Hanna Besiegt Leute, ich bin so gut Hanna, guck mal Jungs gegen Mädchen Jungs sind besser Ey, du brauchst Aua Du bist nicht besser Hm Doch Hier Wow Alles brennt Wow Hanna macht überall Tee-Tee hin, Leute Das ist unfair, Hanna Du hast schon verloren Du hast verloren Aua, aua, aua Du hast immer die guten Sachen Ja, weil ich einfach die guten Sachen habe die ganze Zeit Weil ich halt besser bin wie du, Blödkopf Aua So, aber das nächste werde ich garantiert gewinnen Hm Aber Dann müssen wir jetzt, Hanna Wir müssen nämlich jetzt beide auf das schießen Weil wir haben nur noch Gelb Wow Hast du das gesehen? Was passiert hier? Der Boden repariert sich von alleine Oh mein Gott Voll cool Okay, Hanna Bist du bereit? Ja Wir schießen beide auf drei, okay? Okay Eins Zwei Drei Haha Meiner war schneller, du Doofkopf Meiner war schneller Nein, du hast Ich hab sogar zwei dahin geschossen Du hast nicht mal getroffen beim ersten, du Doofi Ich darf gelb benutzen Ich darf gelb benutzen Oh Mann, Hanna Aber was soll ich dann nehmen? Du darfst nehmen, was du willst, Hanna Alle Ja Ich nehm Hä? Leute, das ist ja übel schlecht Schaut mal Oh Mann, Hanna Ich hab volle schlechte bekommen Guck mal Irgend so ein Diamantspieß Komm her Ich spieße dich Es ist alle leer Ja, du musst deine benutzen, die du schon hattest, Hanna Und zum Schluss dürfen wir dann beide benutzen, was wir wollen Okay? Bist du bereit? Drei Zwei Eins Los Oh Aua Getroffen Und Bogenfight Ja Wow Du findest dich nie Mann, du bist da in dem Weißen, Hanna Komm schon raus, ich seh dich Bleib stehen Oh, nochmal getroffen Aua Bleib stehen Haha Ja, gewonnen Weil Hanna hat sich selber in die Pfanne gehauen Du hast sich selber in die Pfanne gehauen Nö, das ist gemein Nö, ist es nicht Ey, warte mal Hanna Komm schon Wir benutzen jetzt einfach alles, okay? Wir dürfen jetzt Au, 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 au Alles benutzen, was wir haben Und das ist dann unser letzter Kampf Weil ich hab ne Idee, wie wir hier ausbrechen können, Hanna Okay Na los, komm schon, komm schon, komm schon Oh Okay Hm So, was nehm ich denn, Leute? Was war stark? Ich glaube, ich nehm wieder mein Lilanes Weil beim Lilanen haben wir das hier bekommen Und richtig epische Waffen Und Leute Das hab ich Hanna eigentlich gar nicht gezeigt Und zwar Hero Brains Bogen Wenn ich Hanna einmal damit treffe, ist sie direkt raus Hanna, bist du bereit? Dann drei Zwei Eins Los Oh, du musst Hanna treffen Komm schon, Leute Aua Ich hab dich getroffen Ich treff dich nicht Hanna, geh Weg Geh weg, Hanna Du treffst dich nie Getroffen Hahaha Komm, willst du ne Revanche, Hanna? Willst du ne Revanche? Hä? Ha Hanna Hanna Oh nein, Leute Was hab ich gemacht? Es wird auch dunkel Und Hanna ist Ist nicht mehr da Wir haben es zu weit getrieben Och nö Oh, Leute Kommt schon Ihr müsst mir Ihr müsst mir helfen Mit einem Mit einem Like und ein Abo Das wieder alles so ist wie früher Weil sonst sehen wir Hanna nie wieder, Leute Kommt schon Liked und abonniert Kommt schon Kommt schon Kommt schon In drei Zwei Eins Wow Hanna Hanna Komm, Udi Wir gehen in den Sandkasten Nein, 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 nein Nicht in den Sandkasten Nein Hä? Da ist ein verfluchter Schatz Und wenn du den ausbuddelst Dann kommen wir nie wieder hierher Bist du bescheuert, Udi? Hier ist nichts Das ist unser Spiel Ey, nein, Hanna Nicht da buddeln Wirklich Vertrau mir Du bist echt eine Mimose Ich spiel jetzt im Sandkasten Nein, nein, nein Hanna, bitte Nein Hä? Hä? Leute Habt ihr es gesehen? Da ist gar kein Schatz mehr Hab ich das alles nur geträumt? Aber ihr wart doch dabei Ihr habt doch alles gesehen, Leute Oh, wenn ihr alles gesehen habt Dann lasst jetzt ein Like da, Leute Und schreibt unten in die Kommentare Habt's gesehen Und ich würde mal sagen Ich spiel jetzt mit Hanna weiter im Spielkasten Und, und, und Ich würde mal sagen Wir sehen uns morgen bei einem neuen Video, Leute Checkt Hanna ab Und natürlich meine ganzen Videos, Leute Komm schon, komm schon, komm schon Macht's gut Tschüss